Mindestens 20 Menschen sind laut Polizei bei einem Selbstmordanschlag in einer Moschee im Nordirak getötet worden. Andere Berichte sprachen von über 40 Toten. Es gab mehr als 70 Verletzte. Der Attentäter sprengte sich mitten in einer Trauerfeier von Schiiten in der Kleinstadt Tuz, 170 Kilometer nördlich von Bagdad, in die Luft. Unter den Verwundeten sind mehrere Stammesführer, örtliche Politiker und Angehörige der türkmenischen Minderheit.